die verarschen und zwei okay dann passen wohl die grünen wohl irgendwie angezeigt werden zusammen ja aber von welchen soll ich denn überhaupt erst ausgehen base oder bald mal gucken ja wenn ich so weit gibt es ja hier ist ja da unten bald ja und Ja, ich weiß, es ist wahrscheinlich schon wieder total interessant, hier zuzugucken. 06. Komm schon. Ah! Ah! Aber ich bin doch irgendwo eine 18 doch da. Ah, die zählt nicht wahrscheinlich, ne? Ach, verdammt. Ähm, boah. Es ist ja schon wieder sehr... Was war man da? Hilfe! Denken wie ich sag. Das ist ja... Hilf wahrscheinlich. Wo soll ich denn anfangen? Hat mal jemand einen Tipp? Ich weiß gar nicht, womit man denn überhaupt anfängt. Fängt man lieber hier mit an? Ohne nicht. Ich muss wahrscheinlich so hinkriegen, dass alle weg sind, oder? Ah! Auch nicht. Nja! 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 Riggidi, Fliesen, Boje, Atmos, Gen, Hitze. What? Riggidi. So ist es das wenigste. Okay. Ich höre jetzt mal auf dich. Also nehme ich mal alles raus. Riggidi, Fliesen, Boje, Atmo, Boje, Atmo, Scan, Hitze. Okay. 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 Habe extra mit Taschenrechnern nachgerechnet. Das soll ich dir jetzt glauben. Okay. Jetzt bin ich raus. Was hatte ich als letztes? Hum? Fluss? Mond? Fluss? Mond? Okay. Ach so, ich hätte das schon vorher machen können. Dann hätte ich so vielleicht auch schon gehabt. Ich dachte, man muss was tollen haben, um rüber zu gehen. Weil so ganz nah dran war ich ja jetzt auch schon ein paar Mal. Ach, hier haben wir ja schon wieder Perk Bauer, Manchi. Ich soll ja den Dummy laden, ne? Ich versuche trotzdem zu tun. Ich will nicht mehr, was wir mit Brandon getan haben. Second. Oh Mann. Komm, Manchi. Ich will Manchi Manchi. Ach Mann. Oder uns selber. Hä? Komm schon. Ach. Die erlaubt uns auch keinen Spaß, ne? Die Frau. Die ist voll gemeint. Ja, geladen das Modul. Blah, 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 blah. Nip, jip, jip, jip. Simulation beginn. Start mal. Mach mal. Ähm. Ich muss hier die Simulation anhalten, zurücksetzen? Muss ich jetzt das irgendwann anhalten? Oder lasse ich das jetzt einfach laufen? Ach, ich bin immer so zerstreut. Ich lese mal, was die Frauen sagen. Ich kriege das auch irgendwie immer anteilig mit, aber manchmal bin ich zu verwirken. Ja, hab ich doch gemacht, oder? Ach, wenn er geladen wird. Woher soll ich denn nicht wissen, wann er geladen wird? Äh, entschuldige, ne? Wann wird er denn, wann, wann... ...wird sich das irgendwie denn bemerkbar machen? Ach, hör doch auf, ne? Das sind doch die Sachen, die wir eingegeben haben, ne? Hm. Was ist hier, irgendwas? Ach, so geht's langsamer. Okay. Hela, nein, lieber langsamer. Die Frage ist, was waren das Letzte, was wir eingehen mussten? Was hast du hier? Fluss, Mond, Mond war das Letzte, ne? Müssen wir beim Mond anhalten? Ich hab keine Ahnung. Witze. Wald. Loma. Was ist denn? Verdammt! Doch! Genau! Ungemacht. Was ist denn? Ich bin, was ist ein Ragnarzt. Was ist es? Was ist denn? Was ist das? Was ist das? Was ist das? echt krass was für ein durcheinander los komm mal auf die tue ich fühle mich gerade wie bei resident evil aber dann würde ich jetzt schon in 1000 scheiben zerschnitten worden sein ladebildschirm da müssen wir wahrscheinlich hin aber ich würde trotzdem gucken alle welt aus dem raum bin ich raus ich habe es weiter geschafft okay aber auch nur mit hilfe sonst würde ich da wahrscheinlich immer noch drinnen hängen und nö ja ich würde immer noch drinnen so viele möglichkeiten hier klinikum ja wir wurden schon sauber gemacht und nicht hier die sieben bisschen tot aus wie bin ich nur auf diese schlaue sache bekommen schaut mal hier können wir wieder renovieren ich habe diese geräusche nicht gehört nein das blut natürlich ignoriere ich ja auch komplett und ja ich ignoriere auch gerade die offenen türen weil ich gerade gucke von wo sind wir denn gekommen von hier oder ich wollte nur gerade einen kleinen überblick selber noch haben schon wieder eine karte die ich mir eh nicht merke aber hey wir sind ein täter egal wie wir so ausspricht aber hatte ich ja das einmal fast recht wenn ich hatte recht ich bin 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 ich darüber ließen hier so einste heuer oder dieseU니 räusche tatsächlich manchmal etwas fies. Und dieses oder keine Ahnung. Ich kann das gar nicht so nachmachen. Aber ich finde das schon echt schrecklich. Was kann ich denn da durchhauen? Ich weiß, wir kommen hier rein, wenn wir hier irgendwas durchhauen. Mom! Loda! Geh kaputt, komm schon. Ich will zur Leiche. Los jetzt. Rande alle! Gut. Vielleicht das. Das war ja niedlich. Das geht noch nicht mal kaputt. Blödes Glas. Ach, eine Dose wird es wahrscheinlich auch nicht bringen. Wahrscheinlich brauchen wir hier schon wieder so einen... Ja. Man kann es aber probieren. Ich meine, hey. Gebt die Hoffnung nicht auf. Okay. Ich lasse es noch. Wir brauchen was schwereres. Ich denke mal, darüber sind wir uns alle einig. Und es lebt immer noch dahinten. Du auch noch? Tatsächlich. Ja, das ist schon echt übel. Das ist schon echt übel. Guckt euch die doch mal an, Alter. Die sind schon so vermoddert und verrottet, Alter. Und in so etwas hängen wir gerade fest. Unser Bewusstsein hängt in sowas fest. Boah, das ist so scheiße eigentlich. Vor allem, wer hat sich das denn ausgedacht? Die WAU hat die alle umgebracht, oder wie muss man das jetzt sehen? Also diese künstliche Intelligenz halt. Die hat die einfach alle umgebracht? Oder woran sind die gestorben? Schon echt scheiße. Achso, ich wollte ja versuchen, genau. Hier, das sieht mir ein bisschen hier so eine komische Spiegel. Oh, schwer genug sein, oder? Boah, auch nicht. Jetzt komm schon. Ach, ich will da rein. Warum ist denn das Spiel so gemein? Oh, ich wollte gerade sagen, wir randalierten hier noch an, da war ich nicht rum, aber das war ja ich selber. Da gehe ich gleich nachher lang. Von da bin ich hergekommen. Ähm. War ich das auch? Wahrscheinlich nicht. Ich Idiot. Oh. Okay. Tja, so wie wir alle wahrscheinlich, oder? Tja, so wie wir alle wahrscheinlich, oder? Ich gucke mir jetzt ja alles genau an. Ich nehme mir jetzt die Schere. Und. Freue mich, wie schön sie hier rumdallert. Nein. Ich nehme mir jetzt die Schere. Bin jetzt total ernst, natürlich. Und. Hab mich verlaufen. Ach man. Das wart schon wieder mit dem Ernstsein. Ich nehme die Schere. Und schneide jetzt voll ernst. Oder auch nicht voll ernst. Ich wollte doch nur die Scheibe durchschneiden. Okay. Ja gut, ich finde die Schere nicht mehr so. Ah. Okay. Okay. Nein, 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 nein. Mami. Ah. Geh weg. Boah. Wo soll ich mich denn hier in irgendeiner dunklen Ecke verstecken? Okay, soviel jetzt zu dem Thema. Ich wollte ja versuchen, mich nicht zu verlaufen. Das Ding kann ich klemmen. Au. Der war unten. Du rennst da doch nicht. Ich renne in die andere Richtung. Nein, das hat nicht geklappt. Scheiße, 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 scheiße. Hey. Hallo. Das sind wir wieder. Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet, aber es ist eine schöne Zeichnung. Guck mal, die haben da Hängmengen gespielt. Also, die hatten hier nichts besseres zu tun, so wie es aussieht. Und die komische Zeichnung daneben. Ich will ja jetzt nicht darüber nachdenken, wie das da aussieht. Die nächste Pflanze. Ähm. Okay. Das hat man davon, wenn man nicht mehr ernst bleibt, ne? Was war denn eigentlich dein Problem, Alter? Ich wollte doch nur mit der Schere versuchen, die Scheibe durchzuschneiden. Das ist doch nicht... Hey, kommt schon. Cool. Aber... Jetzt muss ich mich hier erstmal durchwurschen. Ich brauch ne Pflanze. Ich will ja nix sagen, Leute. Ist das bei euch auch so verschworen? Ja, nein, das war noch ne Hommage an mein altes Ich. Was so doof war, um nicht zu checken, dass es sich heilen sollte. Ach, was mach ich denn hier? Ja, man sollte nur auf eine Sache gucken. Gut. Oder auch nicht gut. Oh, übel. Weil wir müssen wahrscheinlich eh da hinten in den Gang. Ich wollte aber hier halt gerne vorher alles abklappen. Hier waren wir schon. Ich würde auch zu gerne, Mann. Hier muss doch irgendwo ein Rauchwälder sein. Ich würde auch einfach nur da hinten... Ach, da. Pflanze. Geil. Jaja, komm. Jetzt seid ihr bestimmt gleich tot. Aber ist wahrscheinlich besser für euch. Ich hab's nötiger als ihr. Ich kann nicht laufen. Ihr seht eh schon scheiße aus. Sind die jetzt auch tot? Ne, die atmen weiter. Okay. Ob der vielleicht einfach böse wird, wenn ich hier zu lange rumhänge? Das kann ja auch sein, wach. Oh, ich will aber da hinten in den Raum. Hier muss doch irgendwo ein Rauchwälder sein. Komm schon, gib mir ein Rauchwälder. Oh nein. Geh weg. Der wird bestimmt einfach nur wütend, weil ich hier so lange rumhänge. Ich sag's euch. Schön, dass wir drüber geredet haben. Der Weg ist verkehrt. Ja, ich geh ja schon. Ich hab dich gar nicht angeguckt. Nein. 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 Äh. Mami. Kann ich einfach so tun, als wäre ich nicht... Ich weiß, das ist so doof. Aber hey. Ich schau dich nicht an. Ich seh dich nicht. Du siehst mich nicht. Was hältst du von der Geschichte? Komm schon. Äh. Jetzt ernsthaft? Er hätte mich doch schon... Ist das tatsächlich so? Ich kann mich einfach hinstellen und ihn nicht angucken. Wie bekloppt ist das denn? Okay, ich schreibe mich nicht so laut. Noch bin ich nicht außer Gefahr. Aber alter. Leck mich am Arsch. Oh, nein, nein, nein. Ich hab dich nicht angeguckt. Ich bin gar nicht da. Ich halte mir gerade so die Hände vors Gesicht und ne? Halt. Ich bin nicht da. Ich bin versteckt. Ey, ist nicht euer Ernst, oder? Mal ernster. Was ist das denn, bitte? Ey, ehrlich, jetzt? Krass. Krass. So viel Scheiße in diesem Spiel hätte mir also erspart bleiben können. Was das für ein cooles Spiel ist. Soma. Kennst du Soma noch nicht? Max? Alle Welt spielt doch so, Oma. Kennst du das noch nicht? Ich würde dir jetzt auch sogar gerne sagen, von wem das ist. Keine Ahnung. Ich weiß, du kannst es auf Steam kaufen. Und im PS4-Store kannst du es kaufen. So rund für 25 Euro. Jetzt muss ich aber erst mal... Jetzt muss ich aber erst mal... Ich kann einfach... Das Vieh steht schon vor mir. Leute, das müsst ihr euch reinziehen. Das Vieh steht schon vor mir. Man hält einfach den Kopf runter und das sieht einen nicht. PSN-Store bitte. Wie, PSN-Store bitte. Habe ich das nicht gesagt? Oder was habe ich gesagt? Habe ich mich falsch ausgedrückt? Dann tut es mir leid. Aber ja, ein PSN-Store. Dachte ich eigentlich. Dass ich das zumindest gesagt habe. So. Jetzt muss ich ja trotzdem gucken. Wahrscheinlich brauche ich noch einen Rauchmelder, um hier durch diese Scheibe zu kommen. Ich muss jetzt hier definitiv... Genau, siehst du, Ria sagte das auch schon. Also für jeden, der es interessiert, ist es auf jeden Fall ein geiles Game. Ich finde es definitiv toll. Ist echt lustig. Und ich finde, für den Preis ist es das auf jeden Fall wert, das zu kaufen. Also ich bereue es mit keiner Sekunde, die ich da spiele. Jetzt muss ich aber immer ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Bevor ich hier noch weiter wie blöd durch die Gegend laufe. Jetzt muss ich mal gucken, wo genau ich hier eigentlich nur hin muss. Guckt euch das mal an. Ach, wie cool. Überlebende Stärkerin. Ja, wer von denen ist denn der Stärkere? Die Karikaturen sind ja echt geil. Jetzt war ich doch schon in jenen Raum drin. Habe ich einen übersehen? Mich hat ja immer wieder... Mich hat ja immer wieder dieser Typ durcheinander gebracht. Hier war ich schon drin. Da, ja, ich weiß, ich muss da durch. Was kann ich da durch die Scheibe donnern? Das muss ja was schweres sein. Wir wissen, mit dem Rauchmelder geht es ja. Das haben wir jetzt schon oft genug. Wenn wir keinen Rauchmelder zur Hand haben, was nehmen wir denn? Wir nehmen einfach das Monster. Ich habe das Gefühl, ich laufe andauernd im Kreis. Das wissen wir, geht nicht. Das wird auch nicht schwerer sein. Wir müssen mal irgendwas da durch die Scheibe klatschen können. Naja, ich bezweifle, dass es damit geht. Aber hey, probieren geht lieber studieren. Die möchte gern Wasserwaage. Ach. Es ist mehr kaputt gegangen. Willst du mich verarschen? Nein, nein. Ich bin gar nicht da. Mich versteckt nicht. Du siehst mich nicht, ich sehe dich nicht. Wir sind alle Freunde. Er ist aber mal ernsthaft, dieses komische kleine Mitteilding. Das macht jetzt die Scheibe kaputt, aber ich hau da so eine dicke komische Kabelspule durch. Da passiert nichts. Wahrscheinlich war es die Schere. Es war die Schere. Die Schere hat das vorher noch so ein bisschen angeschnitten, deswegen ging es jetzt besser. Wahrscheinlich. Geh weg. Ich höre die Schauer ab. Ich traue mich gar nicht zu gucken. Hallo? Müssen weg? Jetzt geh doch mal weg. Ich muss hier mir Leichen angucken. Ach. Er will nicht verschwinden. Geh weg. Nun komm schon. Hau ab. Okay. Geht wieder rüber. Ich glaube, wir können es wagen, aufzustehen. Hier ist alles futsch. Ja, gut. Gucken wir uns hier nochmal um. Wie ist er gestorben? Okay. Hat er es selbst gemacht? Ja, da liegt das Messer wahrscheinlich schon. Alles Idioten. Echt, Alter. Die Menschheit geht zugrunde und die bringen sich alle noch selber gegenseitig um. Aber okay, was wird es wahrscheinlich auch machen? Von wem ist denn hier die Rede? Ach, erzähl ich. Brenton. Ach. Krass. Ja, du hörst dich. Du wirst mich nicht mehr, Mann. Du hörst mich? Du wirst mich nicht mehr mehr? Du wirst mich nicht mehr gehen. Ja, wir sind die Worte. hast du wahrscheinlich recht also eigentlich auch wohl wieder war wenn ich schon die ganze erde zugrunde gegangen ist und so jetzt rück das raus ich muss das noch mal gucken war das seine stimme tatsächlich die kam mir so hoch vor ich hätte ja fast gedacht aber ihr werdet mich nicht kriegen ihr arschgesichter tja ist bestimmt halt die wau die halt die leichen dafür benutzt um irgendwie keine ahnung jetzt lass mich hier wieder durch oh warte falsche scheibe sie müssen schon durch die richtige haben wir zwar gerade ein bisschen den kopf angeschnitten aber ich versteck mich ich bin gar nicht da und dann ich hab dich nicht angeguckt nein ich habe dich nicht angeguckt die mit gott aber geht tschüss auf wiedersehen ich warte lieber noch bis das bild wird zu flackern und ich meine stamm schritte nicht mehr und ich weiß nicht mehr ja na ja und und auf und ich euch auch aus und ich denke mal das können wir doch jetzt bestimmt für